in der Stabi in Hamburg, denn seit Mittwoch gibt es eine großartige Ausstellung zu Werner Jackstein. Wer Werner Jackstein war, das erfahren wir jetzt von einem der Kuratoren, von Olaf Bartels. Herzlich willkommen, Herr Bartels. Hallo. Ja, wer war denn Werner Jackstein? Werner Jackstein war ab 1910 Baupfleger in Altona. Altona war damals eine eigenständige Stadt und er war zuständig dafür, dass alles gut gebaut wurde. Dafür hat er sich das alles sehr genau angeguckt und hat Entwürfe gemacht von Bauten, die dann in das Stadtbild gut hereinpassen konnten. Er ist in den 60er Jahren gestorben, das heißt, Sie kennen ihn nicht persönlich. Was bedeutet diese Person für Sie? Also ich bin Architekturhistoriker, ich habe Architektur studiert und interessiere mich eigentlich für Architekturgeschichte. Und da gibt es in der Zeit, sagen wir mal, von 1910 bis 1924 eine Lücke. 1924 kam der einigermaßen bekannte Bausenator Gustav Oelsner. Und Werner Jackstein hat vor ihm gewirkt, nicht so sehr als Stadtbaurat, aber er hat mit dem Stadtbaurat sehr eng zusammengearbeitet, sodass er auch viele Bauten bauen konnte. Wir haben noch ein Gebäude, was es gibt am Fischmarkt und eines auf dem Gelände der Holzenbrauerei, das sogenannte Sudhaus, was von ihm noch ist. Also diese Dinge, vor allem das Sudhaus, schauen wir uns in der Ausstellung ein bisschen genauer an. Da werden ja neue Wohnungen geplant in der Nähe und das soll aber erhalten bleiben. Und ich glaube, man weiß noch nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Und da wollen wir uns ein bisschen Hilfestellung auch durch die Ausstellung geben. Ja, es gibt ja noch einige Objekte, die heute noch aus seiner Zeit existieren. Inwieweit hat Werner Jackstein denn Altona geprägt? Also man muss dazu sagen, das Altona, was Werner Jackstein kannte, vorwiegend natürlich vor dem Krieg und direkt nach dem Krieg, also das, was vor dem Krieg war, das existiert heute nicht mehr. Es ist durch den Krieg und durch die Wiederaufbauplanung sehr zerstört worden. Und dadurch wird es ein bisschen schwierig. Aber wenn man am Fischmarkt zum Beispiel steht und auf den Fischmarkt schaut und dann auf der rechten Seite steht ein großes Backsteingebäude, das ist von ihm gebaut, tatsächlich auch als Beispielbauwerk, so wie er meinte, dass die Stadt gebaut werden sollte. Und da kann man ganz gut sehen, wie sich das entwickelt. Wie kann ich mir denn die Ausstellung anschauen, von wann bis wann und wie viel kostet der Besuch? Ja, die Stabi hat wirklich eine schöne Einrichtung mit dieser Ausstellung, mal davon abgesehen, dass sie ja fast rund um die Uhr von 10 bis 24 Uhr am Samstag und von 9 bis 24 Uhr unter der Woche Eintritt frei hat. Also wir müssen nichts bezahlen, man kann einfach hineinspazieren und kann sich die Ausstellung angucken und auch sich in Ruhe den Bildern und den Texten widmen. Ja, dann sage ich vielen Dank, Herr Bartels, für das Interview. Liebe Zuschauer, schauen Sie gerne mal vorbei bis zum 22. September. Bei uns geht es jetzt mit einem anderen Thema weiter. Auch wenn das mit einem anderen Thema weitergeht,